Und da sind wir wieder, nix-Moment. Hier, das ist... Kackengöhn. Das ist hier jetzt... Was? Was? Weißt du, der IMAX hat es so eilig, bei der letzten Aufnahme kommt er viel zu spät und jetzt streffst er rum. Vater, Vater, Vater. Ich war sogar pünktlich da, ich war eine halbe Stunde vorher da. Tja. Wo bin ich denn jetzt? Du bist in deinem Boot. Komm, auf, in den Sonnenaufgang. Seid ihr da? Seid ihr da? Seid ihr da? Seid ihr da? Ich seh dich, Onkel. Nein! Jetzt hab ich mich selber abgeschossen. Nehmt dem Jungen die Pfeile weg. Ja, bitte. Kommt mal, mein Boot treibt auf. Ich komm jetzt gleich... Flipp! Oh, ist das schön. Oh, Sonnenaufgang. Ich kann mir auch das anders vorstellen. Ne, aber mal ernsthaft jetzt. Banane, Apfel, Chips oder irgendwas anderes? Melonen. Chips. Nein. Über Chips? Hä? Ich bin schon fett und rund und hässlich. Als ob. Du halbe Portion. Ach komm, du bist doch nicht rund. Maximal Oval. Oval. Wieg 117. Ernst? Nein, nein, nein. Ich wieg 100. Hallo? Ich mein, ich hab immer... Sieh ich denn aus? Äh, ja. Bin ich Bayer? Ist du Böger? Zwei Paulane hab ich mir geholt. Äh, Hefeweißbier. Und zwar, äh, Naturtrüb. Und, äh, Dunkel. Kannst du dir mal irgendwas kaufen, was nicht in der Fernsehwerbung ist? Ja, aber das schmeckt gut. Das ist Hefeweißbier. Naturtrüb. Das ist deine Auffassung. Ja, genau. Weil du noch nie richtiges Bier getrunken hast. Genau. Was? Habt ihr schon mal Oktoberfestbier getrunken? Ach, Oktoberfestbier. Das ist Wasser. Wasser mit, äh, Hopfen. Und Kohlensäure. Kohl... Aber nur, wenn du Glück hast. Hä, was ist das? Hey, guck mal, da ist ein Berg. Gehen wir da hin? Alter, das ist hier geil. Guck mal, da kann man so einen Hafen mit einem bauen. Das ist schön. Das ist ein Hafen. Wär sogar nicht mehr von mir fährt. Ich bin ja bei meinem Namen, hat keiner gesagt, Landensicht. Achso, Landensicht! Also, bei mir war es jetzt einfach so. Hey, das geht da hinten sogar noch weiter. Guck durch das Land. Hey, ich bin hier vorne und dreck an der Küste. Na, leck mich doch mal kreuzweise hier. Alter. Ungern. Alter, wie groß ist denn die Insel? Guck mal, ich bin hier. Das hier ist meine Halbinsel. Die ist meine. Die ist meine. Das ist aus Mainz. Bis da hinten. Bis da vorne. Niemals. Wow, da geht's nicht. Ne, guck mal. Mainz. Ah, mal ganz ehrlich, ne? Meine Kahn. Ich glaube, ich bin heute Mittag. Dann wohne ich hier oben auf dem Berg, damit ich auf euch runter spucken kann. Berg? Westen? Mainz. Okay, ich würde sagen, hier sollten wir uns auf jeden Fall niederlassen, oder? Schön, ja. Das ist geil. Nee. Nee. Oder sollen wir noch weiter Land einwärts? Ich sag für Schnee. Oder insel einwärts. Ach, Schnee. Wir können ja noch mal weitergucken. Boah. Ja, lass doch mal draußen hier. Sehr schönes Lied. Also ich bin jetzt übrigens schon auf der anderen Seite von der Insel und kann sie jetzt komplett überblicken, wenn die Junkstands laden würden. Geh doch nach Hause. Sehr schöne Insel mit sehr viel Schnee. Perfekt für unsere, darf ich's schon sagen. Nein. Wenn du unbedingt das Winter Special verraten möchtest. Ach, du meinst das geheime Winter Special, indem wir uns eine Winter Residenz zulegen. Genau. Ja. Nein, sag's lieber nicht. Nee, ich würde die Leute noch ein bisschen warten lassen. Okay. Ich glaube, wir dürfen ja Schweine töten, wenn wir die aufziehen wollen. Ey, ja, ich würde es... Das erste, was ich machen werde, ist überall den Schnee wegmachen. Schnee wegmachen. Das will ich sehen. Entschuldigung. Micha, kannst du den PvP-Flag wieder an- äh, kannst du PvP wieder anmachen? Ich hab den PvP-Flag, äh, du hast irgendwo in der, äh, Server-Einstellung PvP ausgemacht. Da wär' ich mir nicht sicher. Dann können wir hier so zwei Schneeburgen bauen. Boah, das wär' doch übelst geil. Wir bauen hier ne fette Burg auf dem Berg aus Schnee. Dann machen wir ne fette, fette, fette Party. Nee, jetzt ernsthaft? Alter, die Musik ist schon wieder so. Hast du heute schon mal ne gute Idee gehabt? Wir sind halt nicht beim Kinderquatsch. Okay, boah, was episches. Ja, epische Schneeburg. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Also ich bin jetzt auf dem höchsten Berg und weiß dann mal alle Bäume weg. Neko, machen wir ein Schweinsgehege. Also mit uns beiden. Einem richtigen Schwein, mit dem wir uns dann an Ort pflanzen können. Dann haben wir Fuchsschweiner und Schaffschweiner. Und, äh, Schaffüchse. Oder Füchsschafe. Füchsschafe. Oder Schafe Füchse. Schafe Füchse. Ich steh auf Schafe Füchse. Schafe Füchse. Schafe Füchse. Schafe Füchse, Füchse Papa. Und da drüben können wir dann, da wo wir angekommen sind, ist ja, äh, hier, Feldbiom. Da können wir ja unsere Farmen bauen. Du bist ein Feldbiom. Da drüben, bist du schon wieder rassistisch hier oder was? Warum rassistisch? Ja, du bist zu jung dafür. Du verstehst das nicht. Neko ist noch ein Schwein. Ich mach die ganze Insel mal nackt. Äh, nee, aber ich guck grad, dass wir Weizen kriegen. Ja, komm mit, dann gehen wir gleich rüber auf die... Micha, wollen wir eine Farm bauen? Nur wir beide. Wir sind dann die Bauern. Welt Schneefahren. Du bist jetzt schon ein Bauer. Also darf ich mich um die Versorgung kümmern, das finde ich toll. Mach mal. Wir brauchen eine Kiste. So. Macht jemand eine Kiste? Ja, neben der Workbench, bitte. Mach eine Kiste. Da können wir, Onkel, hier drüben können wir dann auch gleich unser Minenhaus reinbauen, weil hier ist eine fette Schlucht. Fette, fette, fette Schlucht. So, ich mach mal hier und da so einen Baum hin und dann mach ich hier und da so einen Baum hin. Hier kommt dann so einer hin und da kommt der hin und die haben wir sowieso anders. Derjenige, der sich ausgedacht hat, dass Schneebälle nur zu 16 gesteckt werden können, nur die sich bitte bei mir melden. Danke. Hier, bitte. Was denn? Stopp! Oh no. So gemeint zu mir. Ich hab ganz vergessen, dass wir den Cheetah-Baum-Film-Mod drauf haben. Der, der alles realistischer macht. Wenn er Minecraft unrealistisch macht. Genau, er ist in Minecraft unrealistisch. Äh, wie, wir haben den auch gar nicht drauf. Ich hab hier grad einen Baum gefällt und da ist nix auseinandergefallen. Doch, bei mir schon. Aber die Blätter gehen hier ganz schön schnell weg, muss ich sagen. So. Wo seid ihr denn? Ich seh euch hier gar nicht. Ich bin bei der Kiste. Bei der Kiste. Hat jemand von euch n Wasser-Eimer dabei? Nö. Micha? Na, nö, natürlich nicht. Maa. Ich hab n Wasser-Eimer. Könntest du mit dem mal kurz drüber kommen, bitte? Einer kann mal direkt in ihn gehen. Einer, der nicht die Kamera ist. Wo bist denn du? Ich bin drüben auf der grünen Insel und fahm grad nen Berg ab. Wo ist die grüne Insel? Da, wo wir angekommen sind. So. Ja, das ist wie ein Wespen. Mag dich nicht. Um das mal klarzustellen. Deswegen frag ich so viel nach, damit ich nicht so schnell zu dir kommen muss. Okay. Damit du öfter seine Stimme hörst. Stimmt. Irgendwo hat man einen Taktik einen Haken. Bloody liebt IMAX. Iiii. Nee, komm, liebt Schafe. Wer? Schafe. Ist das ein Geheimnis? Äh, Schweine. Boah, ich muss euch mal nach der Aufnahme erinnern, aber ich meinte dran, dass ich Schafe lieb. Ich krieg euch da was. Oh Gott, nein. Doch. Nein, bitte nein. Wann wieder? So. Oh, soll ich das noch hängigen? Äh, nichts. Können Sie irgendwann wieder gießen. Was soll ich? Ich muss kurz was schauen. 3, 4. Ja, tu's da hin. Vielleicht ins Loch rein, nicht daneben. Hier, kannst du nur einmal behalten. Oh, du bist so gütig. Bladid, bladid. Ja, ich mag mich. Oh, ja. Neko, wenn ich ins Loch rein. Neko, lieb Neko. Keiner, lieb Neko. Nein. Ich mag Neko. Juhu. Juhu. Auf und zu. Was? Jeden 30. Februar, ne? Ja. Ehe, bitte. Also mindestens. Hallo, höchstens. Seid so gemein zu mir. Okay, hier haben wir unser erstes Weizenfeld. Hier haben wir unser erstes Weizenfeld. Hey, bloody. Hi. Ich hab Aufschluck. Äh, doch. Oh. Bloody, hast du Samen? Hahaha. Mehr als genug. Ich weiß nicht, ob du mit dem was anfangen kannst. Ja, hau sie hier mal in den Boden rein, bitte. Oh, ho, 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 ho. Ach ja. Drei Samen kann ich aufbringen. Oh. Achtung, hier ist ein tiefes Loch. Ich weiß, das beeindruckt so. Oh, ja. Spritzer wie dich noch. So, deswegen machen wir das jetzt mal zu. Auf welcher Seite wollen wir das denn offen lassen? Wär man reiten. Der Fuck. Wie alt sind die Kinder, die hier zugucken? Äh, zwischen 10 und 16. Oh, verdammt. Ja. Gut, ich glaub, wir haben den Eltern bald einen Part abgenommen. Also Kinder. Achso, das Schlimmste. Wird immer einer kommen und ein bisschen Voodoo-Tanz um das... Warte, ich komm gleich. ...getreide machen, dass wir da auch ein Knochen finden oder so. Michael, ich hab hier drüben grad eine fette Farm gebaut, ja. Wo ist die drüben? Und warum baust du irgendwo eine Farm hin? Nicht irgendwo. Ich hab doch gesagt, wir bauen auf der grünen Insel die Farmen. Oben können wir die Pflanzen bauen und unten können wir die Küche ansiedeln. Da geht's aber runter. Du gehst runter. Bloody geht runter. He's going down. Down. Moment, bitte jetzt nicht runterkommen, weil es ist mir nicht sicher. Warum ist heute alles zweideutig, was wir sagen? Ich komm mal. Vielleicht, weil wir zu viel miteinander vom Computer sitzen und Minecraft spielen. Oh, bitte. So. Zack. Äh, hat jemand ne Spitzhack, gell? Ja. Kann ich mir einen ausleihen von dir? Wo bist ne Spitzhack? Nein. Könntest du mir drei Kobbel abbauen? Nachdem ich den Eisenamt gebaut hab. Jetzt kannst du jetzt mir herkommen. Neko, was tust du? Ich muss den Kobbel schnappen. Danke sehr. Du hättest mich übrigens auch noch Kobbel tragen können. Davon hab ich nämlich einen ganzen Stack. Das ist schön. Ich weiß nicht, was ich tue. Mach mal weiter runter. Ey. Geht's in der Höhle hier weiter? Da hinten geht's weiter, ja. Aber ich glaub, da gehen wir mit Kamera rein, oder? Was nicht? Ja doch, da gehen wir mit Kamera rein. Ja, du Zombie. So. Okay. Wir verziehen gleich das alleine. So, da gehen wir dann auch mal alle zusammen rein. Typisch. Hat er seinen Kobbel abgesäumt, haut er wieder ab. Nö, warte, ich bin noch hier. Bloody. Ich leuchte gerade hier die Seitenhöhlen aus. Wasser. Oh, da geht's runter. Okay. Mach mal oben einen hin. So. Ja, so wird's natürlich auch. Ich hab doch Leitern einstecken. Ich will doch gerade. Ich hab' immer welche hinmachen und nicht nur jeder zweite so. Weißt du, wie ich mein'? Das ist mir schon klar. Was blinkt denn das Handy schon wieder grün? Gut, dann haben wir hier schon mal unsere Mine. Oben haben wir unser Weizenfeld im Entstehen. Niko und ich baue gerade eine Mine. Ja, hier ist auch eine. Dekki und ich Minen. Ich mein' auch. Sprichwörtlich. So, Level 12 können wir graben, oder? Oh, ja. Level 12 lohnt sich. Hab' ich gerade festgestellt. Und warum? Jemanden. Da ist er. Es werde Tag. Ey, warum machst du denn Tag? Warum kriegst du das? Ich war müde. Ich war die Leiter, du Affe. Alter, ich wollte jetzt in die beiden Richtungen hier graben. I'm ex-cheated. Gar nicht. Wo habt ihr bitte die Mine angelegt? Neben der Kiste. Neben der Kiste. Okay. Bloody, da ist ein Creeper. Nicht mehr lange. Mich würde es mal interessieren, warum... Ich hab aber Gravel gefunden. Ich auch. ...internet am Handy nicht geht. Weil dein iPhone ist. Es ist der Sony Xperia S. Mein iPhone liegt links neben mir. Und ich gucke gerade den Livestream eigentlich nebenbei auf dem Handy. Ja, ich will da halt auch ein bisschen mitschauen. Was stand denn nochmal ganz am Anfang auf diesem Schild da? Und das ist kein Fernsehen. Das ist YouTube. Das ist der meistgeschaute YouTube-Livestream jemals. Warum haben wir hier 300? Also, die wichtigste Nachricht auf den Schildern von vorhin würde ich als IMAX-SUP bezeichnen. Wann dann nicht Servus-TV? T-V? Äh, ich gucke gerade auf YouTube den Livestream und nicht auf Servus. Ist dasselbe. Einmal eins, Lach. Einmal eins, Lach. Einmal eins, Lach. Können wir mich ja bannen? Cool. Ah, Crafting. So, aber... Cool, ist Faggot. Ich werde jetzt mal ein bisschen in der nächsten Folge dann beim Onkel schauen und bei Bloody vorbei. Also dranbleiben. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.